Irgendwann muss man eben aufhören, den wilden Mann zu spielen. Dann musst du Verantwortung übernehmen. Was ist mit Liebe? Tja, Liebe kann man schlicht planen, oder? Aber die Sache ist eben die, man kann nie wissen. Das ist eine Liste der Dinge, die ich will. Nach der Philosophie lebe ich bis heute. Deshalb bin ich so ein Tier, mein Freund. Entschuldige, Schaf, aber ich muss dich abknallen. Er macht Schluss mit mir, Ma. Er bricht mir das Herz. Raus! Ihr seid nicht mehr zusammen, oder? Woher weißt du das? Sie war gestern mit dem Zombie. Sie haben geknutscht. So ein Glatzkopf. Knutzt mit dem Glatzkopf? Ich hab mich in sie verliebt. Es hat gefunkt und wir wollen zusammen sein. Also reg dich ab. Das ist echt eiskalt. Willst du dir nicht mal ein Entharungsmittel besorgen, damit du dir den Damenbart wegmachst? Hab ich einen Damenbart? Einen was? So was wie ein Schnurrbart. Na ja, an Tom Selle kommst du nicht ran. Vollidiot! Setz dich doch kurz zu uns, wir haben eine super Geschäftsidee. Mehr einen Vorschlag. Was erwarte ich von dir? Haltet ihn auf! Dass ich keinen Packer mache. Wie fühlen wir uns dabei? Schwach. Sehr gut. Und überlegen? Negative Gefühle. Kommen Sie los. Ich bin so weit, ich kann nicht mal mehr wichsen. Hast du irgendwelche Wünsche hinsichtlich des Inhalts? Wie nimmt Ihre Frau die Sache auf? Den da finde ich ganz gut. Ist sie wütend? Verzweifelt? Sie ist ein paar Jahre älter, aber sehr sportlich. So was wollen wir aber nicht haben, Ben. Das ist schwer verdaulich. Nur wir beide. Mann gegen Mann. Oh. Oh. Vielen Dank.